Wollt ihr einkaufen ohne Maske? Ja oder nein? Wenn sie ohne Maske einkaufen wollen, ja, dann gehen sie auf die Seite mit ihrem Computer zum Amazon, ja. Dann kann ich einkaufen, ja, ohne, ohne Maske, ja. Ich sitze zu Hause in meinem Kämmerchen und kaufe ein beim Amazonchen. Ja, ich kauf' ein Amazon, da kann ich was bestellen schon. Was ich will, das ist doch klar, da gibt's auch zu viel Sachen, ja. Ich kann alles, ja, herumschauen, was ich will, ach ja. Ich kaufe ein, was ich will, ach ja, und kaufe alles, was ich sehe, ja. Ich brauch' nicht weiter fortgehen, ja, ich kann heut' zu Hause bleiben, ja. Denn ich drucke auf ein Kastl, ja, und schon ist dieses Kastl da. Und der Preis ist auch schon da, alle freuen sich wie und was auch, ja. Und wenn ich da drauf drucke, ja, dann seh' ich's ganz genau, ach ja. Was, das Produkt kann wirklich, ja, das ist ja so wunderbar. Da kauf' ich ja ein, ja, ja. Oh, ne Maske, wirklich, ja. Und es wird geliefert nach einem Liefertag, ach ja. Da freu' ich sich nach heute, ja, dass es schuschen gehen kann, ach ja. Und wenn ich kaufen will, dann geh' ich, ja, hier auf dem Patzen drauf. Und dann geht's in den Wagerl auch, ja, im Wagerl kann ich sehen, ja. Was ich reingeschmissen hab', ach ja. Und dann lese ich mir genauer durch, was das genau ist, ach ja. Ja, und dann, wenn ich es will, ach ja, dann bestell ich es, ach ja. Oder ich geb's auf, ähm, später und schau' mir später wieder an, auf der Merkliste. Und wenn ich's auf der Merkliste habe, ja, da kann ich alles sehen, ja. Weil ich alles drinnen habe, ja, vielleicht will ich später das haben, ja. Ja, da kann ich beim Amazon kaufen ohne Maske, ja. Ohne Maske kauf ich da ein sogar. Obst du glaubst oder nicht, ach ja. Da gibt's so viele Sachen, ja. Da brauch ich gar nicht spazieren gehen, ja. Da kann ich ja zu Hause bleiben, ja. Und schau' das alles an, ach ja. Ähm...